Oh, Doc, ich fühle mich nicht gut. Okay, lass mich deine Laborwerte überprüfen. Schnell, während er nicht hinzieht. Lecker. Wie schaut's aus, Doc? Mein Kopf tut total weh. Ja, ich habe es mir gerade angeschaut. Oh, er hat sich wieder mitgedreht. Hey. Oh, oh. Was machst du da? Was? Her damit. Und was haben wir hier? Ich glaube, es ist Zeit, die Laken zu wechseln. Nein. Oh, mein Schatz, jetzt habe ich nur noch dich. Nein, keine Süßigkeiten. Aber ich... Oh nein, ich will zu meiner Mama. Wir müssen Ihnen helfen. Ja, schnell. Spinnenhafte Hilfe ist unterwegs. Hey, und wer bist du? Ein Besucher. Okay, aber ich muss dich erst untersuchen. Ich rieche Süßigkeiten. Nein, keine Süßigkeiten, ich schwöre es. Komm her, Kumpel. Ich glaube, du hast jede Menge. Nein, nein, nein. Stopp, stopp. Stopp, bitte stopp. Das war's. Du bist verrückt, Mann. Hey, er hat mir alle Süßigkeiten abgenommen. Aber ich habe eine klebrige Überraschung für ihn. Komm her. Hey, was machst du da? Perfekt. Gut gemacht, ihr Süßen. Lass mich frei, lass mich frei. Hey, nur noch eine Sache, Doc. Was hätte ich jetzt vergessen? Erledigt. Der Weg ist frei. Kommt her, meine Schönen. Der Junge wartet auf euch. Bis dann, Doc. Viel Spaß. Ich schließe die Tür, keine Sorge. Warte nur ab. Jetzt bin ich dran. Ups, mein Baby, alles wird gut. Hallo, ich bin ein Besucher. Darf ich reingehen? Hi. Nun, ja, bitte liest dir die Regeln durch. Ich muss mal sehen. Hast du Süßigkeiten, Lemo? Nein, natürlich nicht. Das ist schlecht für das Baby. Und wen haben wir denn da? Darf ich mal sehen? Ähm, nein, nur... Was? Oh, nein, 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 das bleibt hier. Ach, her damit. Nach in Mitte, lass los. Gib es her. Mutter aller Süßigkeiten, was hast du getan? Upsi. Her damit, sofort. Puh, keine Süßigkeiten, keine Lemo hier. Das sind die Regeln. Oh, nein, 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 bitte nicht. Es ist nichts mehr übrig. Du kannst die Flasche wieder haben. Gut, blöde Regeln. Das ist undenkbar. Ich wollte nur... Hey, du, tut mir leid, aber... Sie haben es mir weggenommen. Alles? Oh, nein, ich will was Süßes. Bitte nicht weinen. Oh, ich hab eine Idee. Aber ich brauche Hilfe. Hä? Was war das? Komm her, meine Freund. Jetzt bekommst du deine Süßigkeiten. Mit Donner aufgeladen. Das hab ich als Kind immer gemacht. Schau dir das an. Wow, Marshmallows. Komm schon, probier mal. Das ist wirklich lecker, danke. Ja, Herr Kleiner. Lass es dir schmecken. Die Studien haben gezeigt, dass... Oh je, was ist das denn? Mein Beileid an alle, die leiden. Oh, noch ein Besucher. Tut mir leid. Süßigkeiten sind hier nicht erlaubt. Ich muss sie leider wegnehmen. Gut. Bist du jetzt unglücklich? Ja, du kannst reingehen. Gitt, dieser Hand ist gruselig. Hallo, arme Seele. Ich hoffe, du leidest gut. Ja, hi. Aber hast du etwas? Natürlich. Pssst, sei aber still. Ich schätze, es wird dir gefallen. Eine Hand? Herzhaft? Hm, riecht gut. Und wie schmeckt es? Oh, es ist gut. Echt lecker. Mh, die beste Süßigkeit, die ich je hatte. Hm. Hey, Händchen. Es schmeckt ihm. Danke für das Rezept. Okay, alle meine Lieblingssitzigkeiten sind hier. Ich muss sie nur an ihm vorbeikommen. Sieht aber einfach aus. Er wird mich nicht bemerken. Du siehst gut aus, mein Freund. Äh, 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 hoch mit dir, du hinterhändiger Besucher. Hier stehen überhaupt keine Süßigkeiten. Und du bist keine Ausnahme. Nein, das ist das Letzte. Lass mir wenigstens die Kekse. Nein, ich lasse dich damit nicht schreien. Na gut. Oh nein, was soll ich nur tun? Hey, ich glaube, ich weiß, wie ich sie schmuggeln kann. Sie haben die gleiche Rundeform wie meine Flecken. Ich muss sie nur alle ankleben. Und sie alle zu dem Jungen bringen. Perfekt, jetzt wird er mich reinlassen. Ich habe sie weggeworfen. Darf ich jetzt durch? Hm, ja, komm rein. Danke. Puh, ich muss mich ganz vorsichtig bewegen. Sie ist echt seltsam. Hey, Kleiner. Endlich habe ich es geschafft. Oh, hey. Hallo. Aber wo sind die Süßigkeiten? Oh, ich musste sie verstecken. Schau. Ich musste die Kekse hier anbringen. Also nimm dir einen und lass es dir schmecken. Ups. Hey, danke. Aber, ey, was ist das? Oh, das ist mein... Das ist der Marienkäferfleck. Geht. Gib mir noch einen. Ich bin im Himmel. Oh, ich bin im Himmel. Der Marienkäferfleck. Oh. 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 Du hast gefragt. Ich habe gehört, die braucht jemand was Süßes. Moment mal. Hier sind keine Süßigkeiten oder Snacks erlaubt. Hä? Aber ich habe nur Dynamit. Siehst du? Oh, ich weiß. Ich füge es gleich hier hinzu. Fertig. Auch kein Dynamit, fürchte ich. Oh, Mann. Oh, Mann. Na gut. Ich kann das nur loswerden. Nein, nein, nein. Bitte, du kannst durchgehen. Los. Sehr gut. Boah, er ist verrückt. Das Tümmerchen hat nichts bemerkt. Und jetzt bekommt der Junge seine Snacks. Ich bin ein Genie. Hi, Doc. Wie geht's? Was? Was ist das? Oh, das? Nur Früchte. Leckere, leckere Früchte. Siehst du? Äh, ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Ein Apfel? Darf ich mal abbeißen? Oh. Haus, mein Zahn. Dieser Apfel ist aus Plastik. Oh, yeah. Geh einfach. Danke, Doc. Oh, mein Gott. Mein Zahn. Hi, Kleiner. Wie geht's dir hier? Hi, Kenny. Ich sehe, du hast was mitgebracht. Aber ... Hey, ist das eine Banane? Ist das dein Ernst? Oh, nein. Natürlich nicht. Wie dumm von mir. Hier, ich zeige es dir. Der Trick ist, die Wertsachen darin zu verstecken. Schau. Wow, das sind so viele. Ich kann den ganzen Tag daran essen. Mh, 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 mh. Ah. Danke, Ken. Ich bin wirklich froh, dass ich helfen kann. Lass mich in der Zwischenzeit einen Apfel essen. Das ist mal was Neues. Hi. Ähm, was hast du da an deinem Korb? Hä, Kekse? Schon wieder? Zu viel Zucker. Das ist nicht erlaubt. Nimm stattdessen das hier. Das ist viel gesünder. Jetzt darfst du rein. Einen schönen Tag noch. Grünes Licht, grünes Licht. Danke. Sie ist weg. Manchmal liebe ich diesen Job. Hm, das sieht interessant aus. Ich glaube, ich kann es gebrauchen. Alle Kinder lieben Popcorn. Also machen wir direkt welches. Perfekt. Oh mein Gott. Doc, ich fühle mich nicht gut. Ich habe zu viele Snacks und Süßigkeiten gegessen. Tut mir leid. Oh nein, Leute, wir brauchen eure Hilfe. Liked dieses Video, damit es unserem Freund schnell besser geht. Bitte, bitte hilft ihm. Oh Doc, das fühlt sich echt schlimm an. Wow. Vielen Dank, Leute. Zeit, ins Kino zu gehen. Wieder Kinoabend. Ja. Warte, nochmal zurück. Ein neuer Horrorfilm, hm? Hey, hallo, Junge. Zeit für ein Festmahl. Bitte tu mir nicht weh. Oh, kann ich auch was haben? Nimm alles, Mama. Cool, danke. Oh, was ist das? Ein Kinoticket. Mein Glückstag. Nun, auf zum Filmabend. Bleib stehen. Essen ist nicht erlaubt. Her damit. Leg dich lieber nicht mit mir an, Mädchen. Wie bitte? Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe ein Abwehrmittel. Ach, schau. Meine Augen, meine Augen. Hush, hush. Das funktioniert immer. Gut gemacht. Das ist unverschämt. Ich habe keine Angst vor dir. Moment mal. Dieser Umhang ist multifunktional. Tada. Sie würden nichts sehen. Hey, kann ich jetzt rein? Mal sehen. Verdächtig. Lass dich erst mal scannen. Ich habe nichts zu verbergen, Fräulein. Das werden wir ja sehen. Was versteckst du hier? Aha. Du hast da Süßigkeiten drin, junger Mann. Ach, Mist. Ich nehme sie an mich. Darf ich jetzt rein? Los, rein mit dir. Danke. Warte mal. Dreh dich um. Was ist das? Ähm, nichts. Das ist Schokolade. Ekelhaft. Nicht so schnell. Spuck es aus. Okay. Igitt. Ekelhaft. Oh, meine Reißzähne. Sie sind rausgefallen. Oh nein, 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 nein. Was ist mit dem los? Hä, Igitt. Entschuldige. Die brauchst du nicht. Äh. Mein Stolz ist wieder da. Oh. Oh. Apfel check. Vibe check. Hm, das könnte ein guter Trick sein. Ja. Hahaha. Mein hinterherdiger Plan braut sich zusammen. Shazam. Oh ja, jetzt geht's los. Nichts Interessantes zu. Hä? Schwebender Schokoriegel? Na, versucht es schon wieder, was? Das sollte ihn entlarven. Leg dich nicht mit mir an, du Freak. Na, na, na. Du kannst mir nichts vormachen. Ich kann dich sehen. Oh nein, da gehst du nicht rein, Mister. Hab dich. Du, gib mir die Süßigkeiten. Tut mir leid, ich muss mich revanchieren. Aua. Oh. Ich kann nicht sehen. Tschüssi. In die Dunkelheit des Gegens. Das ist großartig. Ja. Snackzeit. Verbotene Snacks schmecken am süßesten. Aha. Auf frischer Tatte Taps. Hey, was ist denn los? Raus mit dir. Komm schon. Ups. Hey, ganz ruhig, Kleine. Zeit, etwas Magie in diese Snack-Situation zu bringen. Nicht schlecht. Das neue Versteck für Süßigkeiten. Spazieren wir mit einem Hut voller Snacks und einem Zauberstab zurück ins Kino. Zauberer scheint eine tolle Verkleidung zu sein. Mademoiselle. Einen Moment. Lass ihn nicht rein. Ja, Fräulein. Ich hab's kapiert. Entschuldige, ich muss auf die Toilette. Hm, interessanter Schnurrbart. Oh, hallo, Sir. Heute ist ein sonniger Tag. Nun, ich muss dich einmal ohne Hut sehen. Oh, je. Wieder erwischt. Das reicht. Schluss mit Mr. Nice Guy. Heilige Werwölfe. Das ist unschlagbar, was? Das stimmt. Bis später. Das hab ich mir gedacht. Aua, das tut so weh. Hey, danke. Gerne. Hallo. Geht's dir gut? Das muss wehtun. Hier ist mein Ticket. Ja, ja, natürlich. Danke. Hahaha. Clefere Idee. Shazam. Meine ist mit Accessoires noch besser. Schön. Okay. Oh Gott, es tut so weh. Klebriger Popel. Oh, entschuldige bitte. Ja. Oh, bist du verletzt? Wirklich? Sieht echt aus. Okay, du kannst rein. Danke. Au. Eine Drama-Queen, wie ich sehe. Ich bin drin. Zeit für ein paar Snacks. Wahnsinn. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Hä? Was, Tom? Oh, er ist clever. Aber ich bin cleverer und wütend. Raus, du kleiner Betrüger. Du bleibst hier. Warte, ich habe noch ein paar Vorräte. Ich weiß, wie wir es lustig gestalten können. Legen wir alles genau hier hin. Bleib hier, Kumpel. Und schaise. Der Riesen-Lollipop ist bereit für die Aktion. Sie wird weggeblasen werden. Lass mich rein. Sei so sauer, wie du willst. Nichts da. Oh, du wirst mir jetzt zuhören. Du wirst besessen sein von diesem Lutscher. Ich liebe riesige Lollis. Ich kann nicht lügen. Mal sehen. Hallo? Ja. Ich gehe rein. Los geht's. Endlich kann ich meinen Riesenbonbon genießen. Lecker. Das ist der süße Himmel. Meine Zube steckt fest. Was für eine Störung. Ich hau ab. Sorry, Bro. Oh, Pappshorn. Ach, der blöde Clown hat meinen Filmabend ruiniert. Hey, hey. Hä? Ja? Ein dummer Clown hat da drin eine Sauerei gemacht. Ich rüber mich herum. Oh, du schon wieder. Raus hier. Nein, nein, nein. Das war ein toller Tritt. Ich werde mich rächen, Frau. Oh, ich habe keine Bizeps erwartet. Aber nicht schlecht. Was mache ich jetzt? Oh, ich weiß schon. Mädels lieben ein Sixpack, stimmt's? Sie würden den Unterschied nicht merken. Twix-Sixpack. Der Bauch ist fertig. Und jetzt der Bizeps. Mit Süßigkeiten ist es einfach, fit zu sein. Was für Bizeps. Ich bin stark. Diesmal wird es klappen. Verzeihung, Fräulein. Oh, wow. Tolle Muskeln hast du da. Hi-ya. Wow, du bist so stark. Oh ja, siehst du diese Muskeln? Jetzt mach ein paar Liegestütze mit mir. Und was immer du sagst. Auf mein Kommando. Eins, zwei, drei, los. Das sieht nicht gut aus. Neunzehn, zwanzig. Freihändig. Eins, zwei, drei. Komm schon. Ich versuche. Ich kann es nicht mehr halten. Upsi. Ich wusste, dass es ein neuer Trick ist. Steh auf, Pass. Lass die Süßigkeiten fallen. Ich hoffe, es tut dir leid. Niemals. Oh nein, das wirst du nicht. Nimm das, Fledermaus. Aber Vampire erheben sich immer wieder. Möge die Rache eskalieren. Der Schauspielunterricht kommt zum Einsatz. Alles gut. Hallo. Wer bist du? Kenn ich dich? Ich bin der Boss hier. Der Boss? Ja. Oh, entschuldigen Sie. Sie können reingehen, bitte. Danke. Das ist aber eine Überraschung. Ein Erfolg. Und Zeit für einen Snack. Kauen wir auf etwas cremigen. Du hast Snacks? Ja, bedient euch. Wow, danke. Super. Viel Spaß. Etwas stimmt nicht. Aber was? So dreckig und unordentlich hier. Hallo. Was ist das für ein Chaos? Echter Boss? Also, wer war das? Er ist so cool. Der Hammer. Total. Danke. Was ist das? Was ist denn hier los? Du bist gefeuert. Raus hier. Und zwar sofort. Oh Mann. Was soll's. Hey Leute, wie geht's euch so? Ha, 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 ha. Wow. Au. Loser. Hey, stopp. Was ist hier los? Oh mein Gott. Was, Luna? Ich war das nicht. Es war ein Scherzkeks. Dann habe ich eine Aufgabe für dich. Fangen wir an. Ich glaube, du schaffst das. Oh, wirklich? Oh, na dann mal los. Du kannst dich verstecken. Du kannst weglaufen. Aber ich werde dich dennoch finden. Hm. Hier ist nichts. Ich glaube, es ist hier. Ja, hier ist er. So gefällt es mir schon besser. Ha, 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 ha. Oh, und hier ist noch eine Leinwand. Ha, 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 ha. Fertig. Bye, bye, Loser. Was ist? Was war das? Ach du, meine Güte. Oh nein, wie konnte ich das nur zulassen? Das ist furchtbar. Wer war das? Hey. Du warst es also. Wach auf. Hä, was? Oh mein Gott, was habe ich getan? Nein. Ha, ha, ha. Schon wieder dieses Geräusch. Wo kommt es her? Ich bin ein Monster. Sie war es offensichtlich nicht. Okay, das war erst der Anfang. Ich habe noch viel abgefahrene Sachen auf Lager. Oh, du wirst diesen Schwamm lieben. Er wird so lecker aussehen. So süß und lecker. Fügen wir noch ein paar weitere Zutaten hinzu. Und beurteile einen Blatt nicht nach seinem Eingriff. Denn der ganze Spaß steckt im Inneren. Es riecht so toll. Ich möchte es selbst essen. Lassen wir es gleich hier stehen. Sehr gut. Oh, sie kommt. Ich werde dich noch finden. Hä? Für mich? Wirklich? Sieht verdächtig aus. Obwohl. Es riecht gut. Und schmeckt köstlich. Rein damit. Hey, was ist das? Wie geht? Das ist ein Schwamm. Du bist drauf eingefallen. Oh, du schon wieder. Bleib, wo du bist. Du wirst mich nicht fangen. Stopp. Nie, nie, niemals. Er ist zu schnell. Ich glaube, ich muss ihn austricksen. Ich hab's. Nicht so schnell. Hab dich. Komm her. Upsi. Auf zum Nachsitzen. Nein, nicht die. Die sind besser. Was? Wo ist er? Wo ist er hin? Oh nein, ich hab ihn verloren. Warte, hast du den gesehen? Nö. Hey, hast du ihn gesehen? Nein. Mist. Hey. Hä? Komm, komm her. Du weißt also, wer er ist? Ja, aber naja, du weißt schon. Oh, lass mich nachdenken. Ja, wie wär's damit? Wow, die sind genau richtig. Bitte sehr. Ich gebe dir sein Foto. Hm, wer könnte es sein? Wer mich. Danke. Was? Du willst mich doch veräppeln. Du sagtest, du kennst ihn. Dann sag es mir. Sofort. Oh, na gut. Was? Aber das ist unmöglich. Also, wie läuft's? Hast du ihn gefunden? Nein, nein, nein. Noch nicht, Sir. Okay. Das ist zu viel. Du bist es. Du bist der Scherzpick. Nein, ich schwöre. Das bin ich nicht. Wo sind meine Handschellen? Suchst du die? Oh ja, danke. Moment mal. Reingelegt, Loser. Wo ist der hin? Ach, vergiss es einfach. So eine Drama, Queen. Zeit zum Mittagessen. Ich hab so einen Hunger. Das ist genau, was ich jetzt brauche. Ich brauche auch etwas zu trinken. Mittagessen? Hä? Ich geb dir das beste Mittagessen aller Zeiten. Nur natürliche Zutaten. Guten Appetit. So, hier ist die Cola. Endlich. Obwohl, es riecht komisch. Mal sehen. Sie ist es. In der Zwischenzeit gebe ich eine weitere Überraschung hinzu. Sie bekommen sie genau zur rechten Zeit. Hä? Es ist nicht echt. Wenigstens bleibt meine Cola unberührt. Netter Versuch, Scherzkeks. Viel Glück beim nächsten Mal. Das war's. Das wirst du mir büßen. Ich habe noch eine Sache für dich. Und was hat das hier zu suchen? Oh nein. Ich muss es zerstören. So oder so. Ich werde nur schnell. Oh. Was? Blöder Scherzkeks. Ich hab's satt. Hey. Da ist deine Spur. Ist sie von dem Scherzkeks? Hm. Mal sehen, wo sie hinführt. Noch eine. Und noch eine. Ich glaube, ich habe alle Teile gesammelt. Ich will nur sehen, was es ist. Der Schulleiter? Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Hey. Was ist das? Oh. Scherzartikel. Oh nein. Sieh an. Sieh an. Du hast es also herausgefunden. Ach das. Nein. Das ist nichts. Ich schätze, jetzt muss ich dich bestrafen. Oh. Oder? Ähm. Dir gratulieren. Du hast es geschafft. Glückwunsch, Liebens. Du bist jetzt der beste Sheriff. Oh wow. Danke. Something in the way. Yeah. Nun hab ich dir das Sagen. Nun ist die Schule unter meiner Kontrolle. Äh. Hä? Was? Äh. 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 was? Ich bin der Sheriff. Ich bin cool. Ihr werdet nachsitzen. Äh. Sie hat das Sagen. Habe ich euch. Nein. Tut mir leid. Nicht wieder ins Gefängnis. Danke. Kein Junkfood unter meiner Aufsicht. Keine Chips in der Schule. 16 kmh. Nein, du kannst der Hand des Gesetzes nicht entkommen. In der Schule wird nicht gerannt. Keine Schatzpflanzung auf den Flugen. Kein Kissen in der Schule. Sein bester Look. Halt das mal. Ein Stift? Wer war das? Nein, nein, nein. Du warst es. Sheriff, wir brauchen dich. Zum Schulkorridor. Ich wiederhole, ein Notfall. Wir haben einen Notfall. Hey du. Deine Schöpf ist hier. Ja, darauf könnt ihr wetten. Und nun legen wir los. Die Tatwaffe dieses schrecklichen Verbrechens. Das kommt ins Labor, junge Dame. Und nun? Warst du das? Ich war es nicht. Ich weiß nichts. Nicht so schnell, Verbrecherin. Ich werde es herausfinden. Nein. Der zuverlässigste Lügen-Detektor. Lüge entdeckt. Äh, äh, was? Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Äh, drehen wir hier ein Rap-Video? Äh, äh, der Sheriff hat sie erwischt. Ja. Äh, 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 äh. Ist okay da drüben? Leckere Schokolade. Bist du fertig da drüben? Hey, alles okay bei dir? Äh, 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 Sheriff. Äh, 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 äh. Die Laborleute werden sich freuen. Das erste Beweisstück. Ich schaue mir das mal genau an. Hm. Hm. Was haben wir denn da? Das ist auf jeden Fall Beweis genug. Manchmal muss man sich die Hände schmutzig machen. Los. Äh. Äh, 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 äh. Ah. Die Waschküche steckt voller Geheimnisse. Das wird meine Einsatzzentrale. Hm. Weg mit dir. Das decke ich ab. Hm. Hm. Äh. Das machen sie in Filmen immer. Mal sehen, wie praktisch das ist. Und fertig. Schauen wir uns den Fall an. Hm. Sieh an, sieh an. Ich muss es so dramatisch wie möglich machen. Hm. Ah, fangen wir an. Oh. Der erste Verdächtige. Ich will nicht zu voreilig sein, aber... Du? Hm. Der passt nicht. Du bist aus dem Radar, Mister. Leo ist kein Mädchen. Zumindest aktuell nicht. Dieser hübsche Kerl ist auch aus dem Schneider. Dieses Kerlchen auch. Hm. Zeit für eine Stärkung. Verurteilt mich nicht. Also, Dorothy ist auch raus. Sie war es nicht. Die erkenne ich nicht mal. Bleiben also nur noch Rückenschmerzen. Äh. Leer? Oh, ich brauche mehr Energie. Reiß dich zusammen, Luna. Diese drei sind die Verdächtigen. Es muss also... Es muss... Ich brauche etwas Schlaf. Mommy don't know, Daddy's on his job. Doing something sanitary. Cherry. Pöde-dü, pöde-dü, oh-oh. Pöde-dü, pöde-dü, oh-oh. Oh-oh. Oh? Was machst du in meinem Zimmer? Oh. Ups. Ja, der Schnauzer ist gruselig genug. Wie geht's dir, mein Hübscher? Ich... Ich liebe dich auch. Und ich liebe es, Ärger zu machen. Es ist an der Zeit. Papier, Papier. Das ist es, was ich sehe. Zeit für den Spider-Man-Stil. Lass es regnen. Lass etwas Dampf ab, Junge. Diese Banane hat gute Witze drauf. Ich will es aus erster Reihe sehen. Das ist sein Untergang. Es war ein wundervoller Tag zum Radfahren. Ich muss mich zahnen. Diese Banane ist echt kein Spaß mehr. Ich schmeiß sie weg. Drei Punkte. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Tschüss. Oh, was? Hier gibt es nichts zu sehen. Ich habe wohl zu oft Sport geschwänzt. Autsch. Oh, ja, Jackpot. Hallo, Leute. Hier spricht der Rektor der Schule. Und heute... Wie auch immer. Und heute... Hallo, Leute. Hier spricht der Rektor der Schule. Und ich kündige euch heute an. Kein Unterricht mehr. Keine Regeln mehr. Ihr könnt einfach nach Hause gehen. Was? Keine Regeln. Keine Regeln. Keine Regeln. Ich bin frei. Brenn sie ab. Oh, yeah. Wo ist der? Ich bin zu spät. Was zur Halle? Mit dir ist alles okay. Die sind verrückt. Alle sind verrückt geworden. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Keine Sorge. Nimm das hier. Wir finden gemeinsam einen Weg. Gehen wir. Also, willkommen in meinem Zimmer. Ich mache uns schnell einen Kaffee. Oh, mein hübsches Gesicht. Was für ein Affentheater. Ist alles okay? Schmeckt mein Kaffee so schlecht? Wie bitte? Affen können auch Bullys sein. Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu-nicht-gut. Niemand hier. Mein Lieblingstopping. Hab ich dich? Und das ist für Maya. Und los geht's. Und das ist für Mr. Jordan Peterson. Kannst kaum erwarten. Ja. Ich versuche, sie zu drehen. Das ist ein guter Trick. Weiße Weihnacht für alle. Lass es regnen. Guten Appetit, Herr Peterson. Tu so, als würde ich was Lustiges sagen. Yeah. Was ist das? Kann ich was abhaben, Sis? Ich bin so böse. Noch leckerer. Leute, seid still. Kaffee? Kaffee? Wow. Sheriff. Zeit zu gehen. Was? Was ist hier passiert? Grace. Du warst es die ganze Zeit? Ja. Aber du wirst mich niemals fangen. Komm zu Mama. Lauf, Grace. Lauf. Sie ist gut vorbereitet. Lass mich hier. Ich hab's nicht. Ein Häppchen für schlechte Tage. Don't let me down. Ziel erfasst. Ein bisschen nach links. Ja, ja. Ein Donut. Mehr hast du nicht drauf. Das wirst du schon noch sehen. Mich siehst du nie wieder. Und du kommst mit mir. Sieh an, sieh an, sieh an. Zum letzten Mal. Warum hast du das getan? Ich werde hier gar nichts sagen. Sie lässt mir keine andere Wahl. Ich hab keine Freunde. Alle hüsten mich in dieser Schule. Und ich werde nie beliebt sein. Niemand mag mich hier. Und außerdem falle ich in jedem Test durch. Und niemand glaubt an mich mehr. Komm mal her. Hä? Niemand glaubt an dich. Du verlierst. Immer und immer wieder. Die Lichter sind aus. Aber du hast immer noch deinen Traum vor Augen. Ja. Konzentriere dich täglich darauf. Und sage dir selbst. Es ist erst vorbei, wenn ich gewinne. Also, willst du meine Assistenz sein? Oh, natürlich. Woop, woop, that's the sound of the police. Oh, ich seh dich. Hammer, sis. Perfekt. Eine Strumpfhose, die mein Bein hervorhebt. Wow. Wow, wir sind echte Punk-Girls. Du gehst auf ein Date, Schwesterchen? Find us. Feier! Die Schule ist echt kacke. Ich bin die einzigartigste hier. Hä? Äh, dein Ernst? Was? Du hast mich nachgemacht? Nein, du hast mich nachgemacht. Nein! Dir werde ich's zeigen. Daneben. Daneben, 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 daneben gibt's nicht. Yeah! Leg dich nicht mit mir an. Du möchte gern. Was? Nein! Du siehst aus wie ich? Nein, du siehst aus wie ich. Hm? 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 Ich bin aus wie ich sehe! Tom, Rachel, Chloe! All meine Freunde sind hier. Das wird ein perfekter Tag. Klopp, klopp! Ihr Außenseiter? Holly Queen ist da! Yeah! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Hallo, loser! Ha, ha! 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 Hoff' ich mal, du kennst sie. Äh, Müll. Schon viel besser. Wow, wer ist der Typ? Oh, er ist wunderschön. Oh. Hey. Hey! Äh, wo willst du denn hin? Hi, girl! Was geht an? Ach, Jungs! Luna, Luna, schau! Was? Ich hab einen Brief für dich. Oh mein Gott! Schau! Er liebt mich. Oh, so süß. Also, lass uns heiraten. Aha, ja! Cool! Cool! Gott ist der Perfekt. Geh und rede mit ihm. Aber ich weiß nicht, du... Was nun? Lächeln! Verstehe! Hey, Lust mal auszugehen? Klar. Oh. Oh, sorry. Ich muss los. Oh, okay. Bis dann. Ah! Dir werd ich's zeigen. Nein, hör auf. Keiner wird mir meinen Freund wegnehmen. Hä? Guck mal, was ich mit meinem Schläger machen kann. Weirdo. Er gehört mir. Ups, deine Schnürsenke sind verheddert. Viel besser, ja? Hab dich! Bist du okay? Nein! Oh, bescheuert. Hi, willst du mit mir spielen? Okay. Lass uns zusammenspielen. Oh. Okay, Kinder. Wer will antworten? Wie viel ist 2 plus 2? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Nein, ich. 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 Bitte. Ich, 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 ich. Ich, ich. Luna, Frage an dich. Hä? Was? Nach der Theorie des Hoogschen Gesetzes. Wie lautet die Formel für Elastizität? Keine Ahnung. Oh. Sie haben 20 Schüler in der Klasse. Warum soll ich antworten? Hä? Wo sind alle hin? Oh, kommt schon. Oh, ja. Mom, guck mal. Das ist meine erste Eins. Warte mal kurz. Was, Schatz? Wow, du hast Dad gemalt. Du bist das talentierteste Mädchen der Welt. Cool. Du bist die beste Malerin. Oh, wow. Danke, danke. Dankeschön. Danke, Mami. Oh, bin ich stolz. Hä? Wie war der Test, Harley? Mist. Hey, Mom. Ich kann das erklären. Her damit. Was? Loser Lehrer. Wie lustig. Oh, aber eine Sechs? Lerngefälligst, Harley. Nein, Mom, bitte. Was? Ihr soll all diese Bücher lesen? Ich hab jede Menge Arbeit zu erledigen. Mädels, ich bin gleich wieder da. Streitet euch nicht. E ist gleich MC Quadrat. Großartig. Paris ist die Halbstadt von Frankreich. Wow. Cäsar ist kein Salat. Interessant. Ich hab Mami gemalt. Geschafft. Ich bin schneller als du. Das ist nicht fair. Ich hasse Lernen. Yay. Yay. Ouch. Au. Voll cool. Mami will dann mehr reden. Hey, Bock auf chillen? Klar, das wollte ich auch gerade sagen. Nice. Magen. Ich freu mich so, zur Schule zu gehen. Magen putz du 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 du. Magen putz du 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 du. Fertig. Oh nein. Ich rette dich, Teddybär. Nun bin ich fertig. Ich will schlafen. Mich weckt keiner. Hä? Ist das ein Erdbeben? Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Nein, nur meine nervige Schwester. Schatz. Was ist das denn für eine Sauerei? Räum auf, junge Dame. Ich weiß, was ich mache. Lernt von TikTok, Leute. Versteckt eure ganzen Sachen unter der Decke. Wunderbar. Und nun ist schon alles sauber. Sehr gut gemacht, mein Schatz. Oh, du bist so süß. Das sind fünf Dollar für dich. Wirklich? Wow. Ich werde reich sein. Ja, ich werde alle Joker-Spielzeuge kaufen. Ich bin der Spielzeigengel. Der Spielzeigengel. Äh, vielleicht sollten wir zum Arzt gehen? Ach, nein. Ich brauche einen neuen Schläger. Mal sehen. Wow, die sind wunderschön. Aber voll teuer. Mom, kann ich Taschengeld haben? Hm, hier bitteschön, Honey. Was? Fünf Dollar? Ich brauche mehr. Mehr? Geh zur Bank, Schätzchen. Hä? War nur ein Scherz. Besorg dir einen Job. Einen Job? Okay. Oh. Widerlich. Ich brauche eine Gasmaske dafür. Dein erstes Gehalt. Echt jetzt? Nur zwei Münzen? Ich gehe. Was gibt's Neues im DC-Universum? Komischer Geruch. Maus? Oh, hi. Du bist mein neuer Freund. Äh, weirdo. Wow, Kaffee für große Mädchen. Wie kann man das trinken? Du bist zu jung dafür. Ich brauche mehr Kaffee. Mehr? Mehr? Immer noch nicht genug. Harley? Wo sind meine ganzen Getränke? Keine Ahnung, Mom. Zeit zum Entspannen. Spiel mit mir. Spiel mit mir. Spiel mit mir. Bitte. Was? Hä? Spiel mit mir. Spiel mit mir. Spiel mit mir. Ist das real? Bitte, spiel mit mir. Nicht jetzt. Ich muss arbeiten. Werden wir sehen. Spiel mit mir. Okay, spielen wir verstecken. Ja. Es wird schon spät. Wo ist sie denn? Vielleicht bin ich dran, sie zu suchen. Luna. Was war das? Mami. Das ist nicht echt. Kann es nicht sein. Wer ist da? Ich habe keine Angst vor dir. Was ist das? Nur ein Spielzeug. Luna. Hey, Luna. Wo willst du hin? Das war doch nur ein Prank. Heulsuse. Hey, Luna. Wo bist du? Hä? Oh? Sie hat ihr Joker-Spielzeug verloren. Luna geht nirgendwo ohne ihr Spielzeug hin. Vielleicht ist ihr was zugestoßen? Mami. Ich muss sie finden. Luna, bist du hier? Nein. Luna, bist du hier, Schätzchen? Luna. Luna. Luna, wo bist du? Luna? Luna! Ja. Luna mit einem Fremden? Oh nein, er hat was in der Tasche. Ah! Da habe ich dich. Was ist denn los hier? Ich bin's. Was? Ich wollte dich gerade anrufen. Deine kleine Schwester war ganz allein. Vielen, vielen Dank. Ich habe dich lieb, Schwesterchen. Ich habe dich noch viel lieber, Schwesterchen. Ich erinnere mich, als ich meinen Geist verloren habe. Es war so schönes Thema. Was? Aber egal. Beeil dich. Okay. Autsch! Lust auf eine Challenge? Dann kommt ihr mit mir. Nicht meine Haare. Mein Kopf. Was zum? Regenbogenschule? Netter Streich. Gehen wir. Wo sind wir hier? Ich verschwinde hier. Wer sind die? Wie gruselig. Hey, das ist nicht mehr lustig. Chris, ich mag's hier nicht. Ich brech sie ab. Sesam, öffne dich. Sind wir eingesperrt? Wir sind eingesperrt. Normalerweise bin ich gut in Escape Rooms. Fenster! Hier kommt Sonnenschein. Wenn das ein Albtraum ist, will ich aufwachen. Wo sind wir? Keine Panik. Komm schon. Typisch. Kein Empfang. Hör auf. In der ersten Runde geht's um Blöcke. Was? Findet sie und ihr kommt aus dem Zimmer. Suchen wir sie. Oh, rutschig. Moment. Hey, ich hab einen gefunden. Fehlen noch vier. Wow, super. Hier muss einer sein. Ja. Hab den zweiten. Yay, schnell weiter. Warte. Das ist meiner. Gefunden. Wo sonst noch? Oh, der vierte. Und der letzte. Wo kann er? Oh, da ist er. Bleib da stehen. Was? Hier? Hände. Okay. Was ist los? Warte doch. Komm zum Mami-Block. Hä? Spinne! Oh, ich kann dich nicht halten. Ah. Loser. Ich spring nicht um. Oh nein, sieh mal. Was? Hast du Angst vor mir? Du Loser. Was hast du Angst vor mir? Aber wir haben die Blöcke gefunden. Wirklich? Runde eins abgeschlossen. Tür. Auf. Sind die echt? Wo sind wir? Macht Spaß, oder? Tut es nicht. Im nächsten Level müsst ihr Essenspakete finden. Ich werde deinen Anweisungen nicht nochmal folgen. Da vorne ist eine Box. Hä? Unterstütz mich etwas mehr. Das erste gefunden. Gib das her. Noch vier weitere. Du meinst drei. Was? Zwei. Wie? Eins. Fang. Oh, fast geschafft. Eins, zwei, drei, vier. Noch eins. Du willst also noch eins, hm? Reagier schnell. Oh, nein. Oh, 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 oh Mann. Was ist das? Ein Hunde-Kot-Beutel? Hm, Luna. Haha, das ist doch nur Schokolade. Du Drama-Queen. So lecker. Schokolade? Hm, meine Lieblingsschokolade. Hm, so lecker. Der letzte Beutel. Da, fünf von fünf. Paket beschädigt. Hm. Ups. Was war das? Wer hat meine Schokolade gegessen? Boxen. Schnell, versteck dich. Hä? Wo sind sie? Kommt raus, wo immer ihr seid. Ist er weg? Hey, bist du da? Ja. Was machen wir jetzt? Ich weiß, wir bestellen einfach was. Lieferung. Ihr Essen ist hier, Sir? Hast du meine Schokolade? Hä? Äh, kein Trinkgeld nötig. Äh, okay. Tschüss. Der König jetzt bestimmt. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Level zwei abgeschlossen. Wir haben gewonnen. Hä? Verstecken wir unseren Laufen weg? Ich hab immer noch Hunger. Vorsichtig, vorsichtig. Ich glaube, wir sind sicher. Äh, ja. Puh. Hier scheinen keine Monster mehr zu sein. Endlich sind wir sicher. Hey, hey. Im nächsten Level müsst ihr Batterien finden. Wenn nicht, bleibt ihr hier. Für immer. Komm schon. Ich bin so müde. Hä? Fühlst du das? Äh, ja. Das ist irgendwie unangenehm. Äh. Darauf war ich nicht vorbereitet. Au. Ich hab auch eine. Oh. Oh. Was zum. Sind was? Ah. Batterien. Hm. Ah. Nimm mich. Sehen wir mal. Alles klar. Oh. Hä? Gut. Und was willst du machen damit? Sie alle finden. Auf einmal. Den Trick kenne ich aus Iron Man. Es funktioniert. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Wissenschaft, Baby. Du weißt, dass der alle Metalle anzieht, oder? Alle Metalle? Oh Gott. Oh, bitte. Ich weiß nicht viel. Nein, nein, nein. Ich bin so jung und so hübsch, um zu sterben. Ich auch. Ihr könnt rennen, aber euch nicht verstecken. Hä? Ah. Ah. Schokoladen-Diebe. Wir sind erledigt. Ess ihn. Nein, ich bin eh zu dünn. Chris. Bitte. Wach auf. Chris. Isst mich nicht. Wach auf, bitte. Wach auf. Endlich. Mein Kopf. Wo sind wir? Das war der falsche Weg. Komm, wir finden unsere Schule. Okay. Was für ein Albtraum. Ja. Bist du bereit? Ah. Sowas von. Oh. Er ist so talentiert. Brauchst du vielleicht Hilfe? Oh. Wow. Wow. Pass doch auf, wo du hinläufst. Oh. Na egal. War aber cool. Oh. Blamier mich nie wieder in dieser Schule. Dieser Tag kann auch besser werden. Na klar. Oh. All meine Schätze. Oh. Perfekt. Jetzt kann ich mich konzentrieren. Oh. Loser sitzen vorne. Okay. Alles klar. Wir können uns das Essen teilen. Oh. Oh. Wo ist mein Kaugummi? Ach ja. Savvy hat immer welche. Oh. Was ist das? Kaugummi? Ja, hier natürlich. Das sind meine Kaugummis. Hallo, Klasse. Das ist für Sie. Ich bin auf geht, aber danke. Schleimerin. Klasse, heute bereiten wir uns auf den Test vor. Es wird Kapitel 1 abgefragt, in dem es um Organismen geht. Bleistifte gehen nie leer. Alles auf der Tafel kommt im Test dran. Ein Test? Ich brauche einen Stift. Ich könnte Ingenieurin werden. Fast keine Mine mehr. Ich werde auf jeden Fall eine gute Note schreiben. Ihr seid besser mit Schreiben fertig. Ja, denn nun ist Zeit für Chemie. Warum überhaupt versuchen? So, wer kann diese Formel lösen? Hm? Hm. Ich. 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 Vielleicht du? Ach, du trinkst gerade. Hm. Bitte ich. Oh, du. Ja. Luna. Oh, was? Komm an die Tafel. Löse mal diese Gleichung. Oh, wo ist mein Handy? Es ist weg. Was tun Sie? Ja? Ich komme sofort. Bin schon unterwegs. Und macht keinen Lärm. Der Direktor braucht mich. Ja, Herr Direktor. Freiheit. Freiheit. Ja. Leute, hört auf. Die Lehrerin kommt gleich zurück. Warum habt ihr aufgehört? Luna? Luna, zurück auf deinen Platz. Okay. Yeah. Eines Tages werde ich Astronautin sein. Bereit, Chris? Lass rocken. Ja. Wo kommt der Lärm her? Hey, Leute. Hey, Savi. Stär uns nicht, wir üben. Hm. Er ist so süß. Nur noch ein paar Sekunden. Heute nicht. Zeit, mich fertig zu machen. Noch fünf Minuten. Hm. 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 Oh. 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 Hm. 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 Luna, steh auf. Wir kommen zu spät zur Schule. Hm. 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 Jenna. Luna. Frisch. Komm schon. Wir kommen schon zu spät. Hm. Bereits seit gestern. Hm. Fein. Wir sind spät dran. Spät dran. Spät dran. Spät dran. Spät dran. Spät dran. Wir sind zu spät. Viel zu spät. Warte, Mädels. Eine Sekunde. Ihr seid viel zu früh. Ja. Fangen wir hier an. Worüber leid ihr so? Hör auf, Luna. Ihr findet Wissenschaft lustig? Test sofort. Das ist der leichteste Test ever. So kompliziert. Hilfst du mir damit? Klar. Gib mir deine Hand. Danke, du bist die Beste. Was? Ach, egal. Dann rate ich halt. Bin fertig. Ich bin auch fertig. Ich bin fertig. Danke, Luna. Wow, gut gemacht. Fantastisch. Ja. Glückwunsch, Savi. Danke. Du, noch eine Sechs und du fliegst raus. Meine Eltern werden so sauer sein. Hey, Savi, kannst du mir bei dem Test helfen? Oh, hey, Mädels. Aha. Hi. Geh, ich muss mit meiner Cousine sprechen. Oh, Mann. Also, du magst Chris, hm? Nein. Und was willst du? Du hilfst mir beim Test. Ich helf dir mit Chris. Okay, komm mit. Willst du da hin? Mm-hmm. 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 Lös das. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. It's not a lie. Come on, show your smile. Turn the music on. It's the way we go. It's not a lie. Come on, show your smile. Turn the music on. It's the way we go. Oh, wild 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 Bist du sicher? Ja, nur der letzte Schliff. Ich verstehe. Bist du ein Bad Girl? Dann üb mal. Was soll ich damit? Also, wie war ich? Ich denke, du bist bereit. Du schaffst das. Geh zu mir. Los, los, los. Hi, yeah. Yeah. Wow. Es ist halt vorsichtig. Neuer Look oder was? Magst du meinen neuen Style? Ehrlich gesagt, finde ich die alte Sally besser. Äh. Hmpf.